Wir gucken uns jetzt Folge 135 an, Twitch Clips Germany, ich muss heiraten. Vielleicht sollten wir sie doch nicht angucken. Ich habe übrigens eine neue Folge hier hochgeladen, heute für meine Members auf YouTube. Da geht es auch um Familienplanung. Nur mal so zur Info, da ist auch so Familienplanung und sowas drin, wo wir gerade beim Thema sind. Ich habe gedacht, das ist sehr passend. Dann habe ich einen Clip, dann bin ich in Twitch Clips Germany, so wird man heutzutage Fan. Twitch Clips Germany, das gucke ich mir an. Twitch Clips Germany, das gucke ich mir an. Kann es irgendjemand clippen und den schicken, damit ich auch fan werde? Das wäre jetzt sehr nett von euch. Dankeschön. Let's go. Dieses Video wird euch präsentiert von Opera GX. Wer kennt es nicht? Ihr seid kurz davor, den nächsten Rang in eurem Lieblingsspiel zu erreichen. Da werdet ihr wegen FPS-Drops ohne Vorwarnung gekillt. Denn der Browser eurer Wahl, der nebenbei noch läuft, zieht. Achso, das ist wirklich drin. Ich habe gedacht, wo kommt die Werbung her? Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Das ist aber hier drin, in dem Clip drin. Ich denke, Werbung. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, irgendwo muss noch ein anderes Video offen sein. Ich gucke die ganze Zeit so, hä? Wo habe ich ein anderes Video noch offen? GG, hast du gut gemacht, Leute. Muss ich ehrlich sagen, die haben mich gut hier geprankt. Viel zu viel Leistung. Opera GX bietet euch mit GX Control die Möglichkeit, die für eure... Achso! Twitch Clips Germany hat eine Werbung. Irre! Müssten wir uns auf jeden Fall angucken. Chat! Müssten wir uns angucken. Jede einzelne Sekunde. Ganz wichtig. Hechtig Werbung. Warte, warte, warte. Habe ich auch irgendwo so ein Werbung-Ding. Oder habe ich den weggemacht? Nee. Hier. Doch. Werbung. Unbezahlt. Aha. Sucht eure Lieblings-Streamer zum Lurken oder Mitch-Chatten aus. Let's go. Und auf Discord könnt ihr mit Opera GX nutzen. Besonders praktisch ist der GX-Player, über den ihr eure Lieblingsmusik... Leute, die finanzieren sich so. Das heißt, wir müssen die Werbung uns gönnen. Das GX-Mobile, auch für Apple und Android, synchronisiert mit eurem Browser im Rechner. Ladet euch Opera GX kostenlos herunter und testet es einfach aus. Link in der Beschreibung. Danke, dass Opera GX dieses Video sponsert. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge Twitch Clips Germany. Boah, aber wie lange habe ich es bitte gebraucht? und zu checken, dass es Werbung ist. Ey, leck mich am Arsch. Hier, da wollte ich sowieso hin. Mein Scheiß, ich habe mir gerade den Küro-Seller über die Hose gekippt. Hat der gerade gesagt, leck mich an Popo? Und der andere so, ja, Mann, da wollte ich sowieso hin, oder was? Bei der Werkstatt. Yes, but... Where are you, Daddy, oder? Warte, I'm in the car. Hey, I need ammo. I told you. Die Pommes wollten auch zu sein, Popo. Not end. Mann, der hilft einfach immer runter. Warum macht... Pfff. Guck mal da wieder hoch. Ach so, ich habe gerade 6. Hä, was macht der denn? Warum bricht denn der ab? Oh, ich habe einen Dreckskant-Spiel. Nein. Sehr egal. Viel Spaß. Okay, Chat, willst du was hier machen? Wir schießen hier einfach mitten in die Menge. Wir schießen einfach literally mitten in die Menge. Oh mein Gott. Fühle ich, fühle ich, fühle ich. I'm a way. Oh my God. Oh my God. Der ist, der ist, der ist, der ist weg. Ich fühle ich, 1000%. Warum? Es prickelt. Chat, für keine Chat-Pelohnung dieser Welt machen wir das nach. Auf gar keinen Fall. No way. Da muss ich mal ganz schnell los. Ähm. Das hört sich nicht an wie ein krankes kleines Mädchen. Ushi-Rakete. Scheiße, die spiel ich nie wieder. Ich werde ja wohl keine Eins würfeln. Let's go. Ach, Quatsch. Randy Random auf der schwersten Stufe, 500%. Angefangen mit einem einzigen nackten Mäd in der Eiswelt. Das ist der Run. An diesem Herzen, auf diesem Eisplaneten. Schwerste Settings, schwerste Rate-Intensität. Commitment-Modus, kein Speichern laden. Alles Hardcore. Und Versuch Nummer 21. Wir haben unfassbar, also alleine... Checkt ihr das Spiel? Checkt's nicht. Hä, was passiert? Mein Strom ist alle. Was für ein Strom? Der Generator ist kaputt und keiner kann ihn reparieren. Äh. Oh no. Ihr solltet, glaube ich, nicht so lange hier draußen rumspazieren. No. Schrift's hart. Schrift's gut. No. Ach, Quatsch. Why? Why? Und dann mein Rücken, mein Bauch, meine Oberschenkel. Ich hab's eben gerade schon gesagt. Also Beine spreisen ist heute nicht mein Ding. Vielleicht kann ich dieses Gerät, das ich gefunden habe, helfen. Anschlüsse verstärkt, äh, Verschlussintegri... Inten... Damit hab ich ja halt gerade gar nicht gerechnet, dass sie das sagt, ne? Ich war gerade zu. Okay, okay. Hä? What? Inten... Inten... Hallöchen! Herzlich willkommen hier im Stream. Inten... Inten... Wo steht ihr denn? Inten... Inten... Wo steht ihr Inten? Die Tür ist zu. How do I get it? Hä? Ich komm mir grad vor, wenn der Gä... Boah, ist das creepy. Oh, der guckt auch noch so creepy. Das originale Gefühl, wenn man Zuschauer hat. So komm ich mir immer vor, wenn ich irgendwas mache in den Spielen. Genau so. Das sind original die Zuschauer immer. Ja, gut. Puchu. Oh Gott, das wird auch nicht mehr boh haben, wenn ich mir schon aufgefallen. Nein, Äxte sind schon gar nicht in Ordnung. Sind das Leichen? Ähm, ja, äh... Das ist der unterschiedliche Freund und heiratet. Scheiße, ich muss heiraten. War das nicht mal andersrum? Oh, war das ein Amtstag? Oh, das ist der Amtstag, die romantische... Da ist die Hochzeit. Nein, lass auf sein. Und damit danach... Ja, danach machen wir noch einen Dreier und noch einen Bettelwitz. Ich muss heiraten. Wir machen danach noch ein Quickie. Hallo, Bettelwitz. Nach der Hochzeit. Ich weiß nicht, was er da ist. Soap, sei fermo. Ah! Oh, der hat irgendwann in den Chatverlauf gelegt. Aber... Ey, entschuldigen, Leute, da ist die Tür auf. Was ist das für ein Spiel? Zombies. Boah, überall Zombies nur noch. Und so. Dann hab ich... Ah! Was ist das für eine süße Katze? Gott, wie süß. Achtung, 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 Achtung. Und so. Dann hab ich... Ah! In den ersten Sekunden? Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Dann hab ich ein Clip. Dann bin ich in Twitch Clips Germany. So wird man heutzutage fame. Twitch Clips Germany. Das guck ich mir an. Ey, Oliver Pocher, der sah doch anders aus. Hä? Dieses Video wird euch präsentiert von Opera GX. Werk. Die sagen sogar noch, dieses Video wird produziert von... Dinger, und ich komm erstmal nicht drauf. Ich denk erstmal so, hä, irgendwas stimmt hier nicht? Okay, gut. Gehen wir zurück zur Katze. Ich hab keinen Oliver Pocher gesehen. I'm sorry. Dann hab ich... Bin ich dumm? Nee, bei mir noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, was sie getan hat, aber sie wirkt eigentlich... Warum schreibe ich in meinem eigenen Chat? Statt einfach was zu sagen. Ach so. Statt einfach was zu sagen. Also, Liebe dalassen, Krach machen. Liebe machen im Chat ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Kleiner, was du... Also eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, wenn sich die Chatter untereinander fortpflanzen, weil das würde ja technisch gesehen irgendwann meine Community vergrößern, also go for it. Let's go. Chat, habt ihr gehört? Let's go. Ihr habt mein okay. Ich schippe euch. Ich bin wieder oben. Nein. Nein. Martin, da oben ist eine Plattform. Ach, du Schleißen. Alter, wie viele Stockwerke sind das? Oh, geht's ganz... Bohnen, oder? Oh, ist es ja gar nicht anfangen. Alter, war weiter. Ja. Guck, wie schön die sind. Damit kann ich jetzt... ...mich endlich anfassen, ohne mich zu verbrennen. Oh mein Gott, ich bin... ...ich bin raus. I'm sorry. No. Nee, nee. Nee. Oh, hier kommen wir eh wieder beide. Ich bin ganz besonders so lieb, deswegen... Was? Was? Mein Bolzen ist in der Wand hinter mir stecken geblieben. Die sind wirklich komplett weit weg. Ich bin der Rest für dich. Ja, wo du es durchfälligst? Oh, komm. Oh, komm. Vorsicht, 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 Vorsicht. Du hast nur vergessen, deine Szene umzustellen. Ach, ich hab meine Szene nicht umgestellt. Scheiße, ich seh die ganze Zeit nur mich. Es war übel, das Spannende rennen. Nein, jetzt war ich nur gegen Jane, du willst mich verarschen. Die ganze Zeit gucken die mich in der Vollkämme an. Ich dumme Stück und ich kau mir auf der Lippe rum. Das Gameplay kann keiner toppen. Bestes Gameplay seines Lebens und keiner sieht das. Das geht mir auch immer so, Leute. Glaubst mir, off-stream, ich spiel viel besser Mario Kart. Da würde ich auch niemals in die verkehrte Richtung fahren. Niemals. Auf gar keinen Fall. Oh, wie unangenehm. Nein, Quatsch, 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 Quatsch. Oh, danke dir, Nico, dass du es geklippt hast und in den Discord reingepostet hast. Why? Oh mein Gott, das sieht voll gut aus in der Kirche. Ist doch eine Kirche, oder? Ich hab sie... Es ist die ganze Zeit schon in meinem Kopf rumgeschmiert. Ich muss das probieren. Eine Schneckenkirche. Es sieht halt aus wie eine Schnecke, Mann. Ja, Mann. Tschüssi. Ciao, ciao. Ich gebe dich, Kuss. Der Richtige. Wow. Ich hab dir gesagt, wir machen mit Oli-Fans. Ich möchte Sex mit dir vor der Kamera haben. Ja, aber nur auf Oli-Fans, dass wir Geld haben von dir. Ja, warum sind wir ja nur nicht auf Oli-Fans? Soll ich uns morgen Profil anrichten? Nee. Nein. Deswegen sind wir noch nicht da. Aber früher hatte man so viel Energie, ne? Und heute denkst du dir so, ich schwöre, ich geh da zweimal drauf und bin platt. So, ich hab drei Mal, dann bin ich befriedigt, so, ne? Also von daher... Was? Okay, okay. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Das hat mich gerade so schockiert. Das kommt aus dem Alter. Ich sag's auch. Okay. Pizza! Alter, das anhat mich an meine Stream-Karriere. Plötzlich waren alle weg. Du hattest nie eine Stream-Karriere. Sheesh. Einfach nicht runterfliegen, ne? Aber mit dem Ding hab ich's ein bisschen schlecht platziert. Oh nein. Als wäre das jetzt so was Besonderes. Aber ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? GG. Auf 23 Meter genau. GG, geht raus. 20 Zentimeter! Geil! Out of context. Nein! Nein, 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 nein. Das ist schon noch cool. Scheiße! Ja, das ist schon echt sehr hardcore und cool. Ich hab übrigens gerade über eine Team-Änderung morgen bei Wreckfest erfahren. Es ist ein harter Eingriff in unsere Team-Komposition. manche manche würden sagen es ist worst case also es geht kaum schlimmer. Wir haben Kaya verloren und dafür Jen-Jan bekommen. Puff! Ich hab überlegt, ob ich absage. Ich hab's nicht verstanden, Kanal schlecht hin und wir schauen uns heute mal an wie andere so denken es ist eine Woche zu leben wie Jeff Bezos weil wir leben es dank euch ja jeden Tag. Ich bei ein paar Primes ich bei ein paar Primes ja ja Warte mal, man kann den Hut ausziehen? Ich hab kein Problem ja oh mein Gott oh mein Gott Scheide oh mein Gott Junge Junge 42 oh mein Gott Was? Ja, Internet wieder gut scheinbar schon Wie hat er zur Hölle die Mütze ausgezogen bei das war brillant Was spielen wir? Leuchtende Perle Brillant Diamant Oh mein Gott Ja, Internet wieder gut scheinbar schon Es ist schwank Ist das deren Ernst? Wollen die mich veräppeln? Soll ich hier irgendwo hier hochklettern? Oder bin ich doof? Das war eine rhetorische Frage Ist das Schock? Passt Die haben immer das Gefühl also nicht scheiß Sprache aber ich hab doch Kaffee gemacht oder hab ich nicht gemacht oh mein Gott oh mein 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 Shining Diamond Oh Okay Schaut Wir beruhigen uns alle Ich hab keinen Kaffee gemacht Ich hab vergessen dass ich den schon getrunken Ich hab so lange überlegt Wechselkurs Hä Was Kann das Problem Jessie Wann dir mal ein Klitschen Wieso hast du Wieso hast du dann die gemacht Das kann man doch nicht mal Das ist ein einziges Wort Jessie Klipp das und schick das ein Go Ja Perfekt Alter So ist mein Leben Junge Der erste Entsprung Heilig Also ich mein ich könnte ne Banane vor Scale nehmen Mein Kopf ist größer als ne Banane Mega Jetzt Woll ich demnächst einmal ausmessen Ich bin wieder da Bin ich wieder da Seht ihr Gerade Zwei andere Streamer haben auch mal Internetprobleme Das ist nicht nur immer bei mir Chat Bei mir gibt es auch mal Internetprobleme Aber rein Theoretisch hab ich volles Gute Internet Funktioniert jetzt nicht NACHT Wieder Weg Jost Technik Okay Ich glaub sie hat gar ein Internetprobleme Ich bin wieder da Sie macht irgendwas anderes Gleich bin wieder weg Legst du schonmal die Decke dahinter mit für den Fall dass du weich weich Was machst du? Ich hasse euch Was sollst du denn jetzt machen? Okay Ich sag einfach auf Ja tu es ganz breit ganz breit dass ich jemanden nicht mag Den nächsten Blue Screens Manche von Twitch concernies finde ich unlustig Ja Ich auch manchmal Ich fühle das zu 110% wirklich Es ist bei mir für alle die recht neu bei mir sind und so davor Ich hatte Was? Es ging mal wieder nicht Was? Ich weiß was du willst Internetprobleme denn das Internet ist Neuland Oh mein Gott Meint ihr wir sehen die Merkelraute jemals wieder? Ja Ich fand die cool wie du es willst Ich hab mich von hinten angebummst und ich bin gestorben Die kriegt man halt nicht mehr geil flüssig jetzt Wie lustig Wie geht das? Ach lol Irgendwie so ein bisschen was für Acker Oh nein Das sieht überhaupt nicht gut aus Nee Das sieht nicht so gut aus Ich darfst du durchschweigen Von Chico Niki Moin Was geht? Mann Maul Oh mein Gott Kein schönes Bier Ja komm mach mal bei den 12 Stunden Stream draus oder? Sind ihr schon bei über der Hälfte? Wow Hä? Hast du irgendwie bei 4 Stunden 41? Ja 4 Stunden 41 Wie soll das mehr als die Hälfte sein für 12? Über die Hälfte? Ja 4 1 halb Stunden plus 4 1 halb Stunden sind wie viel? Achso Jetzt habe ich nur bis 9 gezählt Ja 4 1 halb Stunden ist nicht viel Kommand 5 Nicht viel Kommand Was? Ist viel Kommand 5? Boodies Hä was? Endlich ist doch mal cool Danni Digga Na Mit Mütze direkt 50 Jahre jünger Vielleicht hältst du deine dumme Fresse Die WLAN-Karte Die WLAN-Karte davon ist jetzt kaputt Also muss ich jetzt halt dann mit WLAN-Kabel arbeiten Aber Küchenscreen Nein Nein Das WLAN-Kabel Nein Das habe ich auch schon öfters erwähnt Ich habe WLAN-Kabel Die WLAN-Karte ist kaputt Ich muss mit WLAN-Kabel ab Wisst ihr noch als in Düsseldorf mein WLAN-Kabel weggebaggert wurde? Mhm Ja Jaja Zu spät für Mathe heute Ja Und ich finde Und ich wollte mal den Wollte eigentlich mal den Items mal fragen oder beziehungsweise Wie sieht aus wie Suki, oder? Ja, da ist er Oh, come on Nein Nein Das ist die Nee, die Fischert Mit den Dichtern Mit dem diesen Bagger Was hast du davon? Diesmal habe ich aber richtig hingeguckt Und nicht nur auf die Melone Oh Gott Was hat ihr getan? Könnt ihr über etwas anderes als Banken sprechen? Thema zu trocken Deine Mom ist zu trocken Wow Ey, mal entschuldig Jubi, was ist denn Kamera? Was ist das? Oder ist das einfach nur so jetzt aus dir raus aus dir raus geschossen? Bluff Ach, die Kamera Oh Gott Kamera Oh 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 mein Gott Seid ihr zufrieden? Ich habe sogar Schlappen an Oh, er hat sogar blaue Haare Oh 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 Ein Sailor Moon Outfit Mensch Hab doch mal ein bisschen Anstand Nein Was macht er denn hier? Läuft er in der Luft oder was? Ja er hat daneben geschaffen just loves kraftwagen er hat das auto auch nicht gesehen das ist das auto von spongebob das ist das auto von spongebob dieses unsichtbare boot mobil hier das muss doch jetzt gleich achtung weil das ja okay gut da kommt wo wegen dieser reflektion ist ja mal anders krass und sperren boot mobil ich habe einen ordner der heißt schuhe ich habe einfach einen foto ordner der heißt schuhe und in diesem ordner ist nicht ein einziger schuh warum 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 heißt dieser ordner schuhe da ist nicht ein einziger schuh drin kann auch sein vielleicht sind socken drin oh gott kohlensäure also jungs ich habe eine neue theorie über das war den seine eltern an bei seiner zeugung einfach den konami koop mit benutzen des sattel cheats fürs leben das ist ein frecher oh an diesem baum kann man echt gut abhängen sie hat erst vor kurzem angefangen oder also ich habe so auf den bauch gelegen ja da bin ich aufgewacht weil meine arme gekribbelt haben beide arme sind komplett eingeschlafen und da wollte ich meine arme so hoch ich wollte irgendwie auf mein handy um licht zu machen um auf die uhr zu gucken und ich so das war so unangenehm ich dachte meine arme ich verliere meine arme ich habe das letzte mit meinen beiden beinen das war richtig unangenehm das war so oh mein schüttel war mein wein und meine oma so äh besonders meine oma oh man ich habe mich gefühlt wie meine oma so nur noch älter oh man what the fuck ich will jetzt nicht sagen dass du abgehoben bist irgendwie aber das ist schon ein bisschen frech also ach ja das macht besser ich muss klug werden klug oh 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 kann ich auch kann ich auch kann ich auch einmal sorry ich bin ans micro gekommen jetzt bin ich auch klug was was ist das es geht bei mir aber nicht es geht bei mir leider nicht wo willst du hin mein freund wo willst du hin weil ich nicht es hat nichts angegriffen es hat zurück angegriffen es hat zurück angegriffen ouch yes der ist weg oh 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 alter verwalter ich kann das nicht leute ich kann das nicht ich fühle ich schwöre ich kann das nicht ich schwöre ach man das ist mir zu viel ich finde das nicht lustig oh oh wie war ihr wohl 150 war ihr Puls oh mein Gott oh sie armen die weinen fast fühle ich warte warum toilette zum baden okay aus stellte du auch Ben just toileting kann man jetzt auf die toilette schon streamen jetzt sind hier schon drei Leute die sagen die nehmen ihr Klo nicht mit auf die Toilette äh ich hab noch eins dabei falls was schief läuft so gewöhnliche Aua hey sind noch erfunde Kategorien von Twitch Tips Germany oder? ich bin nicht gegen die Türen just just Türen wartet mal das müssen wir jetzt abchecken which just Türen gibt's nicht Chats gibt's nicht just Türen gibt's nicht Türen gefällt ja genau und außerdem ich dachte mir die Klicks gehen runter ich muss mal wieder meine Boobies zeigen ne hier bitteschön einmal Fanservice ne Boobies das Shirt hab ich mir ursprünglich guck mal Hypetrain ist voll ne funktioniert also Leute es stimmt was man behauptet ne um auf Twitch Erfolg zu haben muss man nur seine Boobies zeigen ich hatte das mal so wisst ihr das wenn manchmal ist das ja so dass so ein Popel locker in der Nase sitzt dann unterhältst du dich mit jemandem du lachst der Popel fliegt raus und landet einfach auf dem Gegenüber und dann ist da dieses Problem so dass du willst das dir nicht anmerken lassen aber der andere hat's auch schon bemerkt aber will den Popel nicht ab anfassen und weg machen und dann ist da ist man dann dieser Fickhüde wer wer ähm spricht das jetzt an oh die ist falsch die Kamera so ein Problem hatte ich tatsächlich noch nie so richtig aber eklig nein toll jetzt verdeck ich beide Titi geht raus oh mein Gott es ist hier ah 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 HähFilm erst am ernst, das war doch schon lustig, oder? Hallo! Einfach hier, das war doch lustig. Einfach einfach blind alle erschießen. Beide. Ihr fühlt's voll gut, ne? Ah! 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 Sind alle tot? Ah! 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 Also ich find das voll in Ordnung, okay? Love Lash is coming! Also... Habt ihr wieder richtig gut geklippt! Viel, 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 viel lieben Dank fürs Einsenden auch! Alter Verwalter! Mega der coolen Clip! Ah! 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 Nicht dein ernst! Hm, da könnte man jetzt was zu sagen! Hä? Ich bin reingetappt! Passt jetzt auf! Achso, das war ne Falle, oder wie? Hä? Das hab ich nicht verstanden! Da war doch ne... Hä? Da war doch ne Wand dazwischen! Hä? Creme de la Creme! Nessi! Nessi! Als wenn auf einem Konzert... Ah! Ja, Mann! Ich dachte schon, du willst es gerade ausprobieren! Was Milch erzählt hat, weil du deine Nase geputzt hast! Nee, ich... Ich wollte das... Ich fand das voll eklig einfach! Ich wollte meine Nase putzen, dass mir sowas auf keinen Fall passiert! Weil... Das ist schon hartko eklig! Ich mach das jetzt einmal, ja? Okay! Oh, 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 oh! Ja, warum machst du das auch? Es ist... Was? Warum? Warum? Was ist mit meinem Bein? Wo ist mein Bein? Annika? Mein Bein! Wo ist mein Bein? Warum? Bein ist weg! Habe ich kein Bein mehr? Wo ist mein... Ich hab die ganze Zeit gedacht, links unten fehlt was, ne? Ich spür's auch nicht mehr! Ich spür's nicht! Ich spür mein Bein nicht mehr! Pünktlich 20.09. Schön, dass ihr gerade alle aufgestanden seid und mit am Start seid! Ähm, ich hoffe, ihr habt alle euren Kaffee parat! Wenn nicht, ich hab hier eine Latte für euch vorbereitet! Jeder darf mal zippen! Wenn er... Aha! Okay, das fängt schon komisch! Okay! Storytime! Ey, Knossi! Eine Knossi-Krone! Wir waren in Mangos Mutter! Das ist eine Knossi-Krone! Cool! Gleich mal ein Graffiti machen! Für die Ewigkeit! Tee... Tor! Tee... Twitch Clips Germany! Abonniert Twitch Clips Germany! Datedatedatedated! Bup... Datedatedated! Boop... Abonniert Twitch Clips Germany! Dankeschön, dass ich dabei gewesen bin. Vielen, vielen, vielen. Ich warte das nochmal. Äh, irgendwo da? Da! Vielen Dank! Mega coole Folge, wie immer. Mua! Dankeschön fürs Splitten-Chat. Mua! Dankeschön, Chat. Mua! Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Mega! Funny. Ja, gut.